Marvel's Avengers ist ein Third-Person-Action-Adventure mit einer brandneuen, eigenständigen Story, in der du deine Lieblings-Avengers spielst. Die Geschichte beginnt am A-Day mit der Eröffnung des Avengers West Coast Headquarters und der Vorstellung des neuen Terigen-Kristallreaktors des Teams. Aber nachdem den Avengers die Schuld an einer katastrophalen Explosion gegeben wird, die San Francisco in Schutt und Asche legt, müssen sie sich unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Regierung auflösen. In ihrer Abwesenheit nimmt eine neue Organisation ihren Platz ein. Advanced Idea Mechanics, oder kurz AIM. Fünf Jahre später hat die Welt sich sehr verändert. Im Streben nach einer sicheren Zukunft durch Wissenschaft hat AIM die Supermenschen durch ihre hypermoderne Synthoid-KI ersetzt. Aber unter der Oberfläche mehren sich Anzeichen für eine Verschwörung gegen Helden. Nachdem alle Superhelden geächtet wurden, begibt sich eine Avengers-Fangirl aus New Jersey namens Kamala Khan auf eine Reise, um die Unschuld ihrer Helden zu beweisen und zu dem zu werden, was das Schicksal für sie vorgesehen hat. Kamala spielt mit ihrer einzigartigen Perspektive und ihren unglaublichen Kräften eine entscheidende Rolle als Katalysator bei der Zusammenführung des Teams. Nur gemeinsam können die Avengers gegen die Gefahren dieser neuen Welt bestehen. Du beginnst damit, dass du eine Operationsbasis in einem stillgelegten Helicarrier einrichtest, der im Verlauf der Story zahlreiche Upgrades erhält. Du kannst deine Helden anpassen und Solo spielen oder dich online mit deinen Freunden zusammentun und die Erde gegen zunehmend größere Bedrohungen verteidigen. Jeder Held verfügt über zahlreiche Outfits, die von mehr als 80 Jahren Marvel-Geschichte inspiriert sind, teilweise aber auch völlig neu entworfen werden. Durch Spielen kannst du Ausrüstung erringen und freischalten. Wenn du verschiedene Ausrüstungsteile kombinierst, kannst du deine Spielweise anpassen und noch mächtiger werden. Verbessere Ausrüstung, indem du Vorteile freischaltest, die deine Spielweise verändern werden. Schalte Kräfte und Fähigkeiten frei, während du Erfahrung sammelst und gestalte deine Helden so, dass sie zu deiner Spielweise passen. Mit dem Einsatztisch startest du zwei verschiedene Arten von Einsätzen rund um die Welt. Heldenmissionen sind Erlebnisse der Einzelspielerkampagne für spezifische Helden. Und es gibt Warzone-Missionen, die solo oder online mit bis zu vier Spielern bestritten werden. Alle Missionen bringen die Story voran und sämtliche Fortschritte deiner Helden werden über das gesamte Spiel fortgeführt. Bringe die Avengers als Team wieder zusammen, um die mächtigsten Helden der Erde erneut zu vereinen. Für die Spieler Das ist